Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football, es ist Zeit für Win Today, Football O'Clock und es ist Zeit für eine ganz besondere Episode. Nicht nur, weil es die Super Bowl Review ist, sondern weil es diese Folge zur Abwechslung mal nicht nur Audio Only gibt, sondern eben auch mit Bild. Wenn ihr Bernhard Seikowicz nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann geht jetzt in den Shownotes dieses Podcast auf den YouTube-Link und Flux seht ihr ihn auch. Und es ist tatsächlich eine Premiere, Bernhard, für uns beide. Das erste Mal seit wir dieses Projekt gemeinsam gestalten, dass wir uns tatsächlich gegenüber sitzen dürfen und nicht nur remote miteinander quatschen. Freut mich sehr, dass du dich in Schmucke, Win Today Football O'Clock Studio, ja, dass du dich da eingefunden hast. Schön, dass du da bist. Sehr cool, da zu sein. Cooles Gefühl, mal gegen ihn zu sitzen. Ganz, ganz strange. Wir versuchen, uns beide noch daran zu gewöhnen. Funktioniert bisher aber schon recht gut. Es gibt jetzt natürlich sicher viele Fans, die fragen, was macht der Arizona Cardinals Tidant, eines der NFL-Aushängeschilder Österreichs, aktuell in Österreich? Also der Hauptgrund, warum ich da bin, ist wegen meinem Arbeitsvisum. Also mein Pass ist abgelaufen und Arbeitsvisum brauche ich auch ein neues. Deshalb bin ich da. Aber es hat sich ganz gut ergeben, weil dann sehe ich die Familie auch wieder und es ist immer schön, da zu sein. Und deshalb ist jetzt nichts Negatives so, dass ich da herfliegen habe müssen, sondern passt mir ganz gut. Wenn du dann wieder in der Heimat bist und das letzte Mal, dass wir miteinander sprechen durften, haben wir auch deinen Auftritt beim Arizona Cardinals Podcast geteased, wo du dann gleich, wenn ich den Interview gesagt habe, was man in Österreich machen muss, hast denen unter anderem kulinarische Stelze empfohlen. Ist dann Stelze bei dir auch relativ weit oben auf der Checklist oder was sind so die To-Dos, wenn es dann wieder einen kurzen Heimaturlaub gibt? Ah, nein, Stelze. Family, Friends, Stelze? Family, Friends auf jeden Fall, Stelze. Also so beim Essen bin ich nicht so wählerisch eigentlich, aber Stelze steht jetzt nicht so hoch auf der Liste eigentlich, weil es halt kann, das ist so ein Ding, das kann ich einmal im Jahr essen, aber dann reicht es mir auch wieder, weil es halt echt so ein deftiges Ding ist, was man in Wien essen kann. Also, ja, nein, vielleicht ein Schnitzel höher an der Rangliste. Wir haben dich hierher beordert, wir haben uns hier eingefunden, weil das Thema natürlich lautet Super Bowl 58 Review. Wir haben es in unserer letzten Folge nach den Championship Games angesprochen, wir lassen diesen Wahnsinn namens Super Bowl Woche aus, wir lassen uns auch nach Super Bowl 58 ein klein wenig Zeit, um mit etwas mehr Abstand auch das Spiel der Spiele zu sezieren. Dann beginnen wir vielleicht mal damit, einfach wie du Super Bowl 58 verfolgt hast. Wo hast du geschaut? Wir haben gute Bekannte in Amerika und die, also von der Lena eigentlich, sie hat sie kennengelernt und ja, bei denen haben wir geschaut in einer kleiner Gruppe und ja, war ganz angenehm, gab ganz viel zu essen und ja. Und ein unfassbares Spiel und dieses Spiel wollen wir in eigentlich vier Einheiten versuchen zu zerlegen. Bernhard hat drei seiner entscheidenden Plays oder seiner Ansicht nach entscheidenden Plays mitgebracht. Auf die blicken wir ein klein wenig später. Zuallererst möchten wir uns den Gameplan, den Steve Spaniolo sich vorgenommen hat oder vorgenommen hatte zu exerzieren gegen die 49ers Offense anblicken. Das ist ein Bild, das stammt vom Twitter-Account von Bob Sturm und zeigt mal, welche Coverages die 49ers wie häufig zu sehen bekommen haben. Und wenn wir auf dieses Bild blicken, Bernhard, dann müssen wir unsere Augen mal auf die unterste Zeile richten. Das sind alle Spiele der 49ers in dieser Saison, inklusive eben Super Bowl 58. Und in keinem der Saisonspiele haben sie so viel Cover Zero und so viel Cover One Coverages gesehen. Mit nur einer Ausnahme mehr Man Coverage als in der Super Bowl. Wenn du das jetzt siehst und so einen uniken Gameplan, um der besten Offensive in der NFL den Zahn zu ziehen, was geht dir da doch im Kopf? Wie würdest du das auch vielleicht Football-Neulingen erklären? Na ja, als Defensive Koordinator hat man immer die Möglichkeit, sich zu entscheiden, was ist das Stärkste, was die gegnerische Mannschaft gegen mich zu bieten hat. Und wenn man sich diese Statistik anschaut, dann war es in seinem Kopf auf jeden Fall das Laufspiel der 49ers, dass er gesagt hat, okay, wenn wir das stoppen, dann gewinnen wir das Spiel oder haben wir die besten Chancen, das Spiel zu gewinnen. Und in dem einzigen anderen Spiel, so wie du schon gesagt hast, wo die Man-Percentage höher war, war gegen die Browns. Und die Browns haben auch ein sehr starkes Laufspiel, bauen eigentlich ihre ganze Offense auf dem Laufspiel drauf auf, fast so wie wir eigentlich. Und ja, das ist das einzige Spiel, wo es höher war und da war auch Cover One sehr hoch in dem Spiel. Cover Zero, Cover One heißt was? Cover Zero, Cover One ist einfach nur, wie viele Leute stehen tief. Also Cover Zero, da steht gar keiner tief in der Defense, das heißt Man-to-Man-Coverage, also Mann-gegen-Mann-Coverage across the board und der Rest blitzt oder spielt kurze Zonen underneath. Das heißt, tief ist eigentlich nicht verteidigt, beziehungsweise nur von einem Mann. Also man hat immer ein One-on-One, wenn man tief werfen will als Quarterback. Bei Cover One ist einer tief. Das heißt, das sind die zwei Coverages. Das heißt, es ist sehr aggressiv als Playcaller in der Defense. Aber wenn die Offense, wie in dem Spiel in der Superbowl, nicht schafft, den Ball dann trotzdem zu laufen oder eben zu werfen, also quasi ihre Identität im Spiel zu ändern, dann wird es ein langer Tag für die Offense, weil dann einfach keine Antworten da sind. Und immer, wenn eine Defense blitzen kann oder pressuren kann und damit davonkommt, weil die Offense sie nicht bestraft, dann wird es normalerweise ein langer Tag für die Offense und ein guter Tag für die Defense. Und das übt natürlich auch viel Druck aus auf die Cover-Corner. Und wenn jetzt eben 64 Prozent aller Coverages, Mann-Coverages, das ist ein extrem hoher Wert, brauchst du auch die Cornerbacks dafür. Jetzt haben alle im Nachgang zu Superbowl 58 gesagt, LeJerry Sneed, Trent McDuffie. Wahrscheinlich das Beste oder eines der besten Corner-Tandems, die ihr Gestärken auch in der Mann-Coverage haben. Wie viel mehr Druck übt das dann tatsächlich, wenn du es schematisch so angehst, auf deine Cornerbacks aus? Natürlich sehr viel. Ich meine, man sagt, ihr seid besser, also er hat sich quasi entschieden, okay, das Laufspiel vom Gegner ist gefährlicher als ihr Passspiel. Das heißt, man sagt, okay, meine Cornerbacks oder mein Nickel, wie auch immer, meine Pass-Defender sind besser als ihre Receiver, beziehungsweise sind besser als unsere Lauf-Defense, als unsere Deal-Line gegen ihre O-Line. Deshalb, ja, natürlich heißt das quasi, ihr müsst uns das Spiel gewinnen. Aber wie man in dem Spiel gesehen hat, dass die mehr Plays gewonnen haben als verloren haben. Und deshalb auf jeden Fall alles richtig entschieden. Und jetzt sprechen wir von einer Partie, die in der Overtime entschieden worden ist. Letztlich steht ein 25-22-Sieg für die Kansas City Chiefs zu Buche. So viel ist mal klar. Aber warum, nochmal, enge Partie und alles. Deswegen wollen wir da den 49ers auch nicht in die Offensivsuppe spucken. Aber trotzdem sei die Frage erlaubt, warum sie da nicht oft genug einen Counterpunch irgendwie hatten. Oder wie hätte ein Counter auf diese Defensiv-Schematik aussehen können? Ja, ganz klar werfen. Also das ist eigentlich, als Offense wünscht man sich das teilweise manchmal, dass Cover-One und Cover-Zero gespielt wird. Weil wenn nur einer tief oder gar keiner tief ist, dann weiß man, okay, man kann einen Shot nehmen, man kann die Defense bestrafen, wenn man seinen Match-Ups vertraut, die man hat, seinen Receivern. Was man bei Brenton Ayuk und Dibu Samuel durchaus machen könnte. Genau, ja. Deshalb hat man sich als Ferdinand wahrscheinlich eh gut gefühlt. Aber irgendwie hat es dann im Spiel eben nicht so hingehaut. Oder in den entscheidenden Momenten hat die Defense halt ein gutes Play gemacht. Und oft ist halt dann auch das Selbstvertrauen vom Offensive-Play-Caller dann so geschwächt, dass er dann vielleicht kürzere Plays callt. Und er spielt dann wieder in die Karten vom Defensive-Koordinator, der halt viel Druck bringt. Und eher kurz verteidigt, statt tief zu verteidigen. Und das ist dann oft so eine Todesspirale. Und wenn man da nicht schafft, Plays zu machen, als Quarterback hauptsächlich, Leute zu finden, die offen sind. Weil es gab offene Leute. Aber oft hat er einfach nicht genug Zeit gehabt. Ja, dann wird es ein langer Tag meistens. Wir haben es schon angesprochen. Wir wollen drei entscheidende Plays ein klein wenig sezieren. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mit dir über drei vorentscheidende Sequenzen in regulärer Spielzeit auch sprechen. Und da sind wir wahrscheinlich beim Muff Punch schon angelangt, der letztlich dann zum ersten Touchdown der Kansas City Chiefs geführt hat. Es war lange ein Defensiv-Battle. Erst das zehnte Endspiel, in dem im ersten Viertel keine Punkte erzielt worden sind. Klassisches Seesaw-Battle. Und dann gibt Kansas City den Ball ab. Geht einem Vorblocker des Returners an den Knöchel. Der Returner versucht ihn noch einzufangen. Chief ist schneller. Ganz üble Sequenz. Und nur ein Play später ist Kansas City dann mit dem Touchdown on the board. Wie brutal sind solche Muff Punch? Eigentlich gibt es ja den Wechsel der Possession. Und auf einmal hat dann die Mannschaft, die gerade den Ball abgegeben hat, ihn erst wieder. Wie brutal ist das dann auch für eine Mannschaft an der Seitenlinie? Ja, sehr. Also ich meine, wie moralisch entmutigend. Es war ja noch nicht so spät im Spiel, deshalb das weiß ich jetzt nicht genau. Da kann man nie so wirklich sagen von weit weg. Aber es ist natürlich ein Bummer. Und die Leute werden sich fragen, was macht sie denn da? Die Defense kommt gerade runter vom Feld gegen eine gute Offense. Hat gute Arbeit geleistet. Und dann passiert so ein dummer Fehler eigentlich, wo jeder weiß, okay, wenn der Ball nicht gefangen wird, dann geh weg vom Ball. Und wahrscheinlich wurde es auch kommuniziert, geh weg, geh weg. Aber er ist halt nicht schnell genug weggekommen und der hat ihn gerade noch berührt. Aber im Endeffekt ist es dann, statt dass du das Field flippst oder halt den Ball da hinten bekommst, kriegen die Gegner den Ball halt wieder da vorne und haben einen kurzen Weg zur Endzone. Und ja, ist wahrscheinlich genauso schlimm, wie wenn du, nachdem den Ball fängst, nach einem Kickoff oder so, auf deinen eigenen 20, den Ball dann fammelst. Das ist wahrscheinlich genauso schlimm und ja, ist natürlich ein, ist schlecht einfach. Und Turnovers in so großen Spielen sind immer etwas, was man vermeiden will. Und über das Turnover-Battle haben wir auch schon oft geredet. Und deshalb, ja, und wenn man dann halt so ein kurzes Feld gegen den Homes, immer schwer. Das war eine vorentscheidende Szene. Eine andere, und wir haben bei den Folgeniners immer darüber gesprochen, dass es das wahrscheinlich beste Linebacker-Tandem der Liga ist, hat sich dann an der Seitenlinie ereignet. Etwas, das man so ganz selten sieht. Dre Greenlaw, natürlich fired up, möchte irgendwie so mit Hüpfen und irgendwie Let's Go aufs Feld. Und reißt sich in dieser Sequenz die Achilles-Szene. Mittlerweile operiert worden, wird eine Full-Recovery geben. Was geht dir da durch den Kopf, als du das gesehen hast, wie ist es dir ergangen? Ja, ich weiß nicht, der ist mir das ganze Spiel schon in die Augen gesprungen, weil er einfach sehr aggressiv war und der war einfach da an dem Tag. Und ich glaube, der hat ein Mörderspiel gespielt. Also bis zu dem Punkt hat er es getan in meinen Augen. Und ich glaube, der war und ist ein sehr wichtiger Teil von dieser Defense. Und als das passiert ist, ist es halt einfach scheiße. Und man hofft halt, dass es ihm bald wieder besser geht. Aber jeder weiß, dass er in der Achilles-Szene auch die Karriere beenden kann, schnell mal. Und dass es dann genau in dem wichtigsten Spiel vielleicht von seinem Leben passiert, ist halt nochmal blöder. Deshalb, er ist nicht schön mit anzusehen, aber er hat gezeigt, warum er da in die Defense gehört. Er hat super gespielt bis dahin und ich glaube, das Spiel hätte vielleicht auch anders ausgehen können, wenn er da noch am Feld gewesen wäre. Und das war der zweite Miss-Q. Mav Pant, dann der Star-Linebacker, der sich die Achilles-Szene non-contact überhaupt nicht einmal im Spiel reißt. Und dann der vergebene Extrapunkt von Jake Moody, der dazu geführt hat, dass Kansas City die Partie überhaupt erst vor dem Ende ausgleichen konnte und nicht mit vier Punkten im Rückstand war auf den Touchdown und hat gehen müssen. Und so geblockte Extrapunkte kommen immer wieder vor. Klar, mittlerweile ist es kein Chipshot-Figold mehr von der 2, sondern es ist ein 33-Jahr-Figold, das man machen muss, als Jake Moody das nicht verwertet bzw. der Kick geblockt wird. Was war deine Reaktion? Ja, in dem Moment haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, ah, ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber jeder Coach weiß wahrscheinlich, dass es einfach auf den einen Punkt dann wahrscheinlich darauf ankommen wird, dass es irgendwie so schlechtes Karma ist, wenn man den einen Punkt nicht macht, dann kommt es wahrscheinlich genau auf diesen einen Punkt darauf an. Ja, ich meine, im Nachhinein kann man nie sagen, vielleicht hätten die Chiefs dann halt einfach einen Touchdown gemacht und dann wäre das Spiel so oder so vorbei gewesen und wäre nicht in die Overtime gegangen. Und wahrscheinlich hätte man Mahomes eh auch zugetraut, hätte er gewusst, dass er einen Touchdown braucht, dass sie es irgendwie herbeigeführt hätten. Das ist dann viel, viel Hattie Waage tatsächlich. Aber du hast natürlich bei den Arizona Cardinals auch den großen Vorteil gehabt, mit Matt Prater einen sehr, sehr sicheren Kicker zu haben. Deswegen, Jake Moody, Rookie-Kicker, ja, vergebene Extrapunkte können vorkommen. Superbowl ist dann natürlich ein schlechter Zeitpunkt, um das tatsächlich zu machen. Bevor wir zu den drei Plays kommen, die du uns mitgebracht hast, die wir dann auch mit Bildern euch illustrieren können, geht es natürlich auch um die Overtime. Als das Spiel dann eben mit 19 zu 19 in die Verlängerung gegangen ist, gab es bei den deutschsprachigen Kommentatoren offenbar noch nicht so wirklich das volle Regelverständnis, was sich da auch aufgrund der Kansas City Chiefs, muss man ja dazu sagen, regeltechnisch verändert hatte. War dann auch spannend, dass die Kansas City Chiefs die ersten Nutznießer dieser neuen OT-Regel sind. Und bei den 49ers haben es viele Spieler nicht gewusst. Kyle Scheiner hat sein, ich will, den Ball damit argumentiert, dass er auf die dritte Possession aus ist. Chris Jones von den Kansas City Chiefs hat gesagt, uns wurde schon im Training Camp eingetrichtert, was die Regeln sind. Und wir hätten so oder so die zweite Possession haben wollen, weil wir dann wissen, was wir matchen müssen, um dann auch bei einem etwaigen Touchdown auf eine Two-Point-Conversion zu gehen. Wie war das bei den Cardinals? Wusstet ihr, was die OT-Regel ist in den Playoffs? Abgesehen davon, dass wir nicht in den Playoffs waren, im Trainingscamp früher in der Saison haben wir auf jeden Fall darüber gesprochen. Und ich glaube, der JG hat generell einen guten Job gemacht, sowas immer einzutrichtern, egal was in der Woche gerade angestanden ist. Weil vor allem am Anfang der Saison werden immer bestimmte Flags mehr gecallt und welche Regeln halt mehr... Diese Points of Emphasis, wo dann auf Holdings mehr geachtet wird. Genau, solche Sachen wurden uns eigentlich schon eingetrichtert. Deshalb, ich glaube, wenn wir so weit gekommen wären, hätten wir sicher, dass zwei-, drei-, viermal die Woche gehört. Weil wenn man dann wegen solchen Sachen verliert, das ist halt einfach blöd, weil man steckt da so viel Arbeit und Zeit rein. Ich meine, dann kann man die fünf Minuten oder zwei Minuten, was es braucht, auch noch nutzen, darüber zu reden. Aber ja, ich glaube, es zeigt einfach, was für ein klasse Team die Chiefs sind, dass bei denen einfach jeder wusste, okay, das und das. Keiner hat mehr über das Spiel nachgedacht, sondern okay, jetzt ist Overtime und jetzt genau diese Sachen, die wir besprochen haben. Jeder hat wahrscheinlich gewusst, okay, in der Overtime sind das unsere ersten drei Calls. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die super vorbereitet waren auf jede Situation, auch diese Situation. Und das hat man dann, glaube ich, auf jeden Fall gesehen. Und dieser letzte Game-Winning-Drive, und wir werden uns dann auch zwei Sequenzen von den Chiefs, von diesem Championship-Winning-Drive auch ansehen. Wie sehr ist das von Vorteil, als Offense zu wissen, nicht nur, was du matchen musst, sondern dass du eben nicht drei, sondern vier Downs zur Verfügung hast? Ja, ich glaube schon sehr. In der Overtime ist es quasi wie ein neues Spiel. Man hat schon ein sehr gutes Gefühl für den Gegner. Und wenn man dann quasi ins Blau hinein, weil der, der als erster anfängt, natürlich, der muss einen Touchdown, aber der kann dann nicht ganz so aggressiv sein, weil wenn er es nicht schafft, dann hat er null Punkte. Wenn er zum Beispiel einen Vierten ausspielt und dann hat er null Punkte, ist es halt auch ganz blöd, weil dann macht der andere sowieso nur einen Field Goal. Deshalb, wenn man als Zweiter geht und man weiß, okay, Field Goal, Ausgleich, aber Touchdown wäre noch besser. Dann kann man sich selber entscheiden, wie aggressiv man sein will, ob man eben nochmal fürs Dritte gehen will, für noch einen Ballwechsel oder lieber gleich beenden. Deshalb, ich glaube auf jeden Fall, dass das eine gute Entscheidung gewesen wäre, zu deferren, wenn man die vor den Aners gewesen wäre. Ist dann vielleicht nicht nur dem einen oder anderen deutschsprachigen Kommentator in Zukunft eine Lehre, was die Playoff-Coverage anbelangt, sondern auch dem einen oder anderen Team. Ich persönlich hatte mich ja schon auf eine Double Overtime gefreut. Ich glaube, das war das letzte Mal zwischen Denver und dem Baltimore Ravens in den Playoffs der Fall beim Ravens Super Bowl Run 2012. Ist also schon über eine Dekade her, dass es in die zweite Overtime gegangen ist und wir waren nur ein paar Sekunden davon entfernt. Wir widmen uns deinen drei spielentscheidenden Plays und möchte aber noch eines vorausschicken. Vielleicht blickt ihr nochmal in die Shownotes dieses Podcasts. Da werden zwei weitere Links auf euch warten, denn im Dezember durften Bernhard Seikowicz, Chris Kaleke und ich ein klein wenig über Konzepts philosophieren. Chris Kaleke ist eines Zeichens höchst erfolgreicher, schon fast dynastischer Coach der Vienna Vikings und wir haben über Man-Beating-Konzepts und über Zone-Beating-Konzepts gesprochen. Beide Folgen findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Vielleicht auch die dann einfach zu Gemüte führen, um noch mehr zu verifizieren, was für ein X's and O's Guy mir jetzt gegenüber sitzt. Bernhard, du kennst die Liga und die Materie in- und auswendig und hast doch sofort gesagt, es gibt drei Plays, auf die du unbedingt eingehen möchtest. Und das erste Play führt uns in die Overtime. Der erste Overtime-Drive der San Francisco 49ers. Es ist Dritter und Vier an der Kansas City Neun. Und beginnen wir vielleicht mal bei der Formation, beziehungsweise bei der Nummer 23 im rechten Slot aufgestellt, Christian McCaffrey. Was ist das für eine Formation? Und welche Motion werden wir dann sehen? Also, empty formation, drei Receiver rechts, tight and running back Receiver und zwei Receiver links. Sprich, keiner beim Purdy hinten im Backfield. Sprich, dass sie einen Run spielen, ist sehr gering. Und dann eben Nummer 23, Christian McCaffrey, wird rüber in Motion gehen, wird aber nicht stehen bleiben, sondern wird beim Quarterback einfach vorbeilaufen und das Hand-Off faken. Und ja, dann kommen wir, glaube ich, zum nächsten Bild. Genau, da sieht man schon, der Snap ist erfolgt. Brock Purdy hat den Ball. Und McCaffrey ist durch diese Motion schon an ihm vorbeigegangen, ist jetzt zu Brock Purdy's Linken. Genau. Und da ist mal die Frage, in welcher Welt, oder was muss passieren, dass Christian McCaffrey da auch zur Anspielstation werden könnte? Ja, also in dem ganzen Play, die Hauptstory ist eigentlich die Protection und eben die Motion natürlich hilft dem Purdy zu sehen und den Receiver zu sehen, was für eine Coverage wird wahrscheinlich gespielt, aber sie hilft in dem Fall auch mit der Play-Action gemeinsam, den D-End, den wir hier links ein bisschen sehen, gegenüber von Christian McCaffrey eben zu halten und der Nummer 64 genug Zeit zu geben, hinter der Line zu pullen und ihn zu blocken. Man pullt ihn, um die Play-Action noch ein bisschen stärker wirken zu lassen, um die Defense nach vorne zu ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er den Ball fängt, ist eher unwahrscheinlich. Er ist der Checkdown, der Reed fängt rechts am Bild an, also unten am Bildrand für uns. Und er ist eben links außen am Feld, deshalb eher unwahrscheinlich, dass er schnell den Ball bekommt. Außer der Purdy erkennt, dass er einfach gar nicht gecovert wird, weil er sieht, okay, es läuft keiner mit mit ihm, aber es ist Main Coverage, dann könnte er den Ball einfach zu ihm dampen. Das Play geht auf einer anderen Ebene schief. Es ist in diesem Bild schon angedeutet. Wir werden es dann zwei Sequenzen später dann auch sehen dürfen, was da in puncto Protection passiert. Wollen wir uns im nächsten Bild aber erstmal auf die Receiver konzentrieren. Purdy wirft einen Rush-Throw in Richtung, und der Ball ist in diesem Bild schon unterwegs, in Richtung rechts unten Johan Jennings. Fenster vielleicht kurz offen, aber nicht lange genug offen. Und oben am Bildrand ist ein völlig freier Brenton Ayuk. Das wäre der wahrscheinlich sichere Touchdown gewesen, wenn er ihn auch schnell genug gesehen hat. Aber du hast die Protection schon angesprochen, die geht von rechts nach links in diesem Fall und er hat sich dann gleich für Option 1 entschieden. Ist das richtig? Ja, also das wäre meine Vermutung gewesen. Eben unten am Bildrand läuft eine kürzere Route und ich denke mal, dass Purdy gesehen hat, dass es eben Pressure ist. Das ist eben gerade Cover Zero, was wir vorher besprochen haben. Keiner ist tief in der Mitte. Das heißt, alles Man-to-Man. Jeder hat einen Gegner, den er covern muss. Und da werden natürlich dann auch Leute offen sein. Immer wenn ein One-on-One ist, erwartet man vom Receiver eigentlich, dass er den Rap gewinnt. Aber ja, die kürzeste Antwort ist eben unten am Bildrand. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, dass das jetzt eine Fehlentscheidung von Purdy war. Er war under pressure. Er hat jemanden genau im Gesicht gehabt. Deshalb, ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Er hätte halt vielleicht noch eine halbe Sekunde oder ein Zehntel mehr gebraucht, dass er einen genaueren Ball werfen kann. Aber er die hat halt nicht gehabt. Natürlich wäre es super gewesen, wenn er Brenton Ayuk über die Mitte gesehen hätte. Aber es ist halt leider kein Wunschkonzert. Aber ja, ja. Und Brock Purdy hat die Partie über wirklich sehr solide gespielt, wenn man die Geschichte kennt. Und diese High-Pressure-Situations, durch die er die 49ers manövriert hat, das wäre schon auch eine Story gewesen, wenn er Ayuk trifft. Warum er ihn nicht trifft, das sieht man anhand von diesem Bild. Das hat sich ganz kurz nach dem Snap ereignet, wo Chris Jones, der Chief, rechts in Rot, der vom Right Tackle durchgelassen wird oder eigentlich nur gebrushed wird und ein weiterer Chiefs-Verteidiger auf Brock Purdy zustürmen. Und ich finde das Schöne an der aktuellen Saison, dass die Quarterback-Pressures mittlerweile auch in der Erklärung des Football-Spiels viel mehr an Wert gewonnen haben. Wenn da mal lockerflockig mit Chris Jones und dem zweiten Chief-Spieler 250 oder 230 Kilogramm Lebendgewicht auf dich zupreschen und deren einziger Job ist, dich umzunieten, da geht es da als Quarterback wahrscheinlich schon mal anders und das führt dann eben auch zu diesen Rush-Throws. Was ist bei diesem Spielzeug, bei dieser Protection falsch gelaufen, außer alles? Ja, also natürlich könnte man jetzt natürlich argumentieren, dass das ganze Spiel läuft ja schon. Wir wissen, wir haben vorhin gesagt, okay, wir wissen jetzt, was die Coach ist, was der Gameplan ist. Man weiß, okay, der bringt Pressure das ganze Spiel und dann kommt man raus in einer Empty-Formation, wo genau fünf Leute blocken und er schickt halt sechs Leute. Das heißt, einer ist halt einfach ungedeckt, natürlich immer ungut, wenn der Star, die Liner oder recht nah, man sagt immer, umso näher beim Ball, umso mehr muss man den blocken, weil umso weiter außen, umso länger ist der Weg zum Quarterback. Deshalb sehr suboptimal, dass er natürlich nicht geblockt wird. Ich glaube, der Fehler war, dass der Right Tackle gedacht hat, er muss außen helfen, aber eben seine Priorität ist innen. Das heißt, er hätte Nummer 95 blocken sollen und er setzt ganz knapp nicht mehr im Bild, aber George Kittle blockt den D-End für eine kurze Zeit und geht dann auf eine Route. Das heißt, er ist eh kurz geblockt und sollte ihm genug Zeit geben, falls er wirklich kommt, den Ball noch über ihn wegzuwerfen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, der Right Tackle hätte Chris Jones hier blocken sollen, weil der andere in dem Gap, ich glaube, es ist Nummer 20, man hat es am Bild davor ganz kurz gesehen, aber der ist Man-to-Man mit Christian McAfee. Das heißt, er verschwindet wieder aus diesem Loch und er ist jetzt gerade nur in dem Loch, weil er eben Run liest und er denkt sich, oh, Run, Run, ich muss da rein. Aber dann verschwindet er wieder, sprich, es wäre eigentlich picked up, Nummer 64 wäre links auf dem D-End, Nummer 68 wäre auf Chris Jones und Brock Purdy hätte vielleicht sogar noch genug Zeit, bis zu seinem zweiten oder dritten Read, Brenton Ayuk, zu kommen. Aber ja, so weit kommt es nie, weil keiner Nummer 95 blockt. Und das eben auch das Faszinierende an Football, diese vielen, vielen Duelle innerhalb des Duells und Spielzugs und Verantwortlichkeiten und braucht dann eben nur einen falschen Read, eine falsche Interpretation des Ganzen und everything blows up. Was genau in dieser Sequenz dann auch passiert ist, die 49ers entscheiden sich dazu, ein Field Goal zu schießen und nicht auf Vierter und Vier zu gehen und dementsprechend war dann im nächsten Drive, den Kansas City Chiefs klar, ein Field Goal löst tatsächlich eine dritte Possession aus, aber ein Touchdown gewinnt uns das Ding. Und die Chiefs gehen, so viel ist bekannt, dann in Richtung Championship Winning Drive. Haben aber früh, und das bringt uns zum nächsten Play, im Drive einen Vierten und Eins an der eigenen 34. Da sind wir dann auch wieder bei der taktischen Herangehensweise. Du weißt, du hast alle vier Versuche zur Verfügung und kannst das entsprechend dann auch ausspielen. Und dieses Play ist insofern spannend. Du brauchst ein Yard. Mahomes in der Shotgun, Kelsey in Motion. Erklär mal vielleicht die Formation für vielleicht auch Football-Neulinge. Ja, also zu Beginn des Plays haben wir eben drei Leute rechts und einen unten am, gleich neben dem O-Liner, im Dreipunktstand. Das heißt, wir haben zwei Tidons am Feld und das könnte man als Defense bei Vierter und Eins natürlich so interpretieren, als ob die Chiefs hier den Ball laufen wollen. Ich meine, bei Vierter und Eins ist natürlich immer alles im Spiel. Aber ja, das ist die Formation. Das heißt, die Chiefs, zwei Tidons, zwei Receiver, ein Running Back können natürlich alles machen, aber zwei Tidons schaut man natürlich immer, dass man das personelle matcht als Defense. Und das Wichtigste in diesem Play, wahrscheinlich der Mann in der Mitte. Wir haben über die tollen Linebacker gesprochen, Drake Greenlaw nicht mehr mit dabei. Trotzdem einen Fred Warner zu foolen, das ist schon relativ beeindruckend. Für mich der kompletteste Linebacker in der NFL. Und dieses Play beginnt eben mit der Motion von Travis Kersey, der nach unten erst geht, also quasi unter dem Wildrand und sich dann aber wieder zurückorientiert an den Obergen nimmt. Im zweiten Bild, das wir euch mitgebracht haben, sieht man jetzt Mahomes als äußersten rechten Spieler mit dem Rollout nach rechts. Und Travis Kersey als Lead-Blocker potenziell. Wie sich dieses Play dann entwickelt, nachdem es lanciert worden ist, insofern spannend, weil man im dritten Bild, Bernhard, dann perfekt sehen wird, wie es die Chiefs geschafft haben, Fred Warner zu binden oder glauben zu lassen, dass es ein Passspiel wird. Wir sehen ihn jetzt immer noch in der Mitte und dann im dritten Bild, wie er sich dem Pass widmet. Du kannst das wahrscheinlich besser herausarbeiten als meine Wenigkeit. Ja, also sie faken hier den Run nach links, also der Threat vom Run war ja eben da, deshalb sie täuschen nach links an und dann ein schnelles Rollout nach rechts. Und Travis Kersey eben, nachdem er die Motion nach links begonnen hat, endet jetzt eben schnell nach rechts. Kurzer Pass, weil mehr braucht man ja auch eigentlich nicht bei 4.1. Das heißt, der ist auf jeden Fall brandgefährlich genau jetzt, weil Mahomes ihm einfach den Ball geben könnte und wäre wahrscheinlich ein First Down. Deshalb, ich glaube, es ist, ich kann es nicht genau lesen, aber neben Fred Warner, neben Nummer 4 und über Nummer 54, der geht quasi zum Travis Kersey und im nächsten Bild werden wir dann sehen, dass Nummer 54 sich dem nächsten Receiver quasi attached, also bindet. Lass uns doch gleich dort hinspringen zum nächsten Bild. Genau, und hier sieht man es perfekt, Nummer 54 ist auf Nummer 11 und Travis Kersey ist eben auch gedeckt, aber jetzt ist eben keiner mehr verantwortlich für den Run vom Quarterback und man hat, es gab so ein witziges Video, wo Bosa nachläuft, Mahomes, man sieht es da, Nummer 97 und in dem Video war also die Hände nach oben so, hey, wo seid ihr alle in die Richtung, aber ja, eben keiner war auf Mahomes. Man sieht es schon in diesem Bild, wie viel Grün Mahomes da auf einmal vor sich hatte und ihr seht auch oben den Downmarker, da war er noch drei Yards vom First Down entfernt. Letzte Sequenz war dann natürlich ein erfolgreicher Acht-Yard-Lauf, hier geht Mahomes in der Bildmitte schon in den Slide, weit nach dem Downmarker, so gesehen easy First Down, Fred Warner einen Bären aufgebunden, ihn Pass verteidigen lassen, wo das dann eben mit der Mobilität des Patrick Mahomes dann auch diese Split-Second-Decision war, gehe ich dann eben selber und auch das macht ihn so gefährlich und so komplett, ist zwar ein Pass-First-Quarterback, aber kann ich dann eben auch mit den Beinen zerlegen. Es geht übers Feld und auf einmal sind die Chiefs Antiporters. Es ist vielen nicht allen klar, dass ein Touchdown diese Partie jetzt beendet, auch Nicole Hardman, der dann letztlich den Touchdown-Pass gefangen hat, den Entscheidenden, wusste das nicht und wenn wir uns dieses Bild aufrufen der Formation vor dem Game-Winning Touchdown der Kansas City Chiefs schon nahe an der San Francisco 49ers Endzone, was sieht das erfahrene Football-Auge da? Ähnlich wie davor, wir haben wieder zwei Titans, wieder eine eher Bandstab Formation Man könnte das oben sogar Bunch nennen, wenn es vielleicht noch ein bisschen enger wäre, aber ja, wir haben recht ausgeglichene Formation, die Chiefs könnten eigentlich alles machen, aber ja, eher enge Formation, das wäre eigentlich das Einzige, was man... Lass uns kurz über die engen Formationen reden, das war nämlich so ein 49er-Staple, habe ich irgendwo gelesen, dass seit das irgendwie getrackt und aufgezeichnet wird, keine Mannschaft im Schnitt so enge Formationen offensiv aufs Feld geschickt hat, wie die 49ers. Was ist Vorteil, was ist vielleicht auch Nachteil von engen Formationen? Also, warum die 49ers darin gemajored haben, quasi, weil die ihr Lieblingsplay ist der Outside-Zone und mit Kittel und ihren anderen Titans oder Hughes-Jack ist ihre größte Waffe einfach dieses Ein-Play ausschauen lassen, wie ein Outside-Zone, aber dann ist es doch keiner. Sprich, wenn Kittel und Hughes-Jack, die alle tight sind, inklusive den Receivern, dann ist es wahrscheinlich vier von zehnmal ein Run, aber die anderen Male ist es vielleicht ein Rollout oder ein tiefer Pass mit Play-Action. Also, es ist einfach sehr unberechenbar und es passiert alles sehr viel schneller, wenn man so tight ist. Zum Beispiel in dem Bild jetzt könnte man es daran erklären, wenn jetzt Mahomes ein Hand-Off nach rechts faken würde und der Tighten links hinter der O-Line eine kurze Route laufen würde, wäre das sehr schwer für Fred Warner Nummer 54 in der Mitte wieder, das so schnell zu sortieren in seinem Kopf und zu sagen, es ist kein Run, sondern ich muss jetzt mit dem Tighten mitlaufen. Und das passiert alles sehr schnell und deshalb sind diese Plays so schwer zu verteidigen und umso enger das Ganze ist, umso schneller passiert es halt. Das Spannende an diesem Play und berichtet mal Receiver ganz rechts oben am Bildrand, falls ihr die entscheidende Sequenz noch nicht gesehen habt oder sie euch erst noch ansehen möchtet, aber das ist Nicole Hartmann. Der war ein klein wenig weiter außen positioniert, geht dann in der Motion quasi parallel zur Line of Scrimmage nach innen und schießt dann diagonal weg. Diese Motion hat Andy Reid zweimal im letzten Superbowl des Vorjahres gegen die Philadelphia Eagles verwendet, hat sie dort Corn Dog genannt, Peter King von Pro Football Talk. hat auch dieses Jahr nach Superbowl 58 wieder Locker-Room-Zugang bekommen und hat sich das Game-Winning-Play oder den Playcall erklären lassen. Diese Motion heißt dieses Jahr aber den Chiefs Tom & Jerry. Sie wissen selber nicht warum, aber funny names in den Playcalls haben wir auch im Rahmen dieser Winterday Football Clock Staffel schon rausgearbeitet. Jetzt geht Mikko Hartmann in Motion und im nächsten Bild sehen wir diese Tom & Jerry Motion, wie das Play dann auch schon lanciert ist und hast du gesagt, da ist es ganz spannend, weil die Defense versucht zu Bracketen und wir zeichnen das auch ein beziehungsweise Sie sehen es in diesem Rechteck, was heißt Bracketen als Terminus Technicus? Also immer wenn die ich versuche es ein bisschen ausgreifender zu erklären, also immer wenn die Offense in diesen engen Formation sind, also wie die drei Receiver oben im Bild, dann ist es sehr schwer normale Manndeckung oder normale Zonenverteidigung zu spielen, weil man vor allem wenn man so nah an der Endzone ist, zwar eng an denen dran sein muss, weil man nicht wirklich Yards hergeben kann, aber man will auch nicht gepickt werden, wenn zwei sich kreuzen, zwei Receiver sich kreuzen, man will nicht von dem Receiver abfallen, während man entdeckt. Deshalb Bracket bedeutet eigentlich nur eben, dass man quasi seine Box spannt um die Receiver herum, das heißt es gibt einen, der nimmt die äußerste Route und der steht außerhalb vom Äußersten, Nummer 7 oben am Bild. Nummer 54 Fred Warner wäre der Innerste, also das wären die Außengrenzen von dieser Box quasi und dann gibt es natürlich noch einen tiefen und einen niedrigen Verteidiger und das sind die zwei mittleren hier im Bild und das einzig schwerere an diesen Bracketen ist eben, dass man das alles schnell genug kommunizieren kann und deshalb ist es natürlich auch gut als Offense, wie die Chiefs das hier machen, so eine Motion zu machen, dass das Bild nicht ganz so klar ist für die Defense und vielleicht müssen sie gar nichts kommunizieren, aber allein, dass diese Frage dann im Raum steht, müssen wir kommunizieren, müssen wir nicht, ist das immer noch meiner und wenn das alles dann so schnell geht, das ist, ja, wirft einfach Fragen auf und kreiert einen Vorteil für die Offense dann und vielleicht Inwieweit diese Motion dann auch die Verantwortlichkeiten in der Defense bei den 49ers ruiniert, das zeigt dann schon das nächste Bild, da ist Nicole Hartmann eigentlich schon am Weg zum Game Winning Touchdown, er, der Receiver mit der 12, Mahomes mit dem Rollout serviert ihm diesen Ball auch perfekt, wer hätte in einer perfekten Welt aus 49ers Defense oder was hätte passieren müssen, um diesen Touchdown zu verhindern? Ja, also ich weiß nicht, es ist ein ähnliches Play wie vorher beim 4. und 1, es ist ein Fake nach links Rollout von Mahomes, ein schnelles kurzes Rollout bis darauf, dass jetzt der Typ, der in die Flat läuft, also schnell zur Außenseite hinläuft, geändert wurde, von Travis zu Nicole Hartmann. Deshalb, ja, entweder haben sich die Vorderen anders gedacht, haha, diesmal nicht, weil man sieht, zwei Leute direkt zu Mahomes hinlaufen, was aber dann Nicole Hartmann wieder offen lässt. Aber ja, um die Frage zu beantworten, die Nummer 7, über die wir vorher gesprochen haben, die quasi die Außenseite von der Box verteidigen muss, die ist hier halt in einer Zwickmühle, weil Travis Kelsey läuft nach außen, aber tief und Nicole Hartmann läuft einfach nur nach außen und er kann sich nur für einen entscheiden, entscheidet sich für Travis Kelsey und Nicole Hartmann müsste von wem anderen gedeckt werden und ja, es passiert halt einfach alles so schnell da unten das Fehler halt einfach passieren und einfach ein gutes Design-Display und auch gut exekutiert von den Chiefs. Man sieht es dann auch im letzten Bild, als das Ganze für die Chiefs dann schon fast eingetütet ist, das Beste an diesem Play an sich und dann auch am letzten Bild, wo man es noch nicht ganz sieht, Travis Kelsey, der ab einem gewissen Zeitpunkt schon wusste, was jetzt passiert wird und dann einfach irgendwann, ich glaube noch vor Nicole Hartmann in der Endzone war, Hände hochgerissen hat, weil er schon am Big Screen gesehen hat, dass das funktionieren wird. Inwieweit haben wir auch bei diesem letzten Drive von Andy Reeds und den Offensive Coaches auch wieder so eine Play-Design-Klinik gesehen? Inwieweit ist das was, wo dir dann irgendwie zu der Laden runterheckt und du sagst, Wahnsinn, wie soll man das verteidigen? Ja, ich glaube schon, also vor allem, ich meine, Early im Game war es sehr ausgeglichen, was die Defense betrifft, aber ich glaube, die Vodinanders hatten einfach das bessere Team am Papier und immer wenn das bessere Team dann verliert, denke ich, dass man das wahrscheinlich auf Coaching zurückführen muss, außer sie hatten einfach so einen schlechten Tag, was sie aber nicht hatten. Ich glaube, die Chiefs haben einfach an dem Tag einen besseren Gameplan gehabt und den auch sehr gut exekutiert und sie haben natürlich Patrick Mahomes und der ist an jedem Tag schwer zu verteidigen und ja. Gratulation an die Kansas City Chiefs, eigentlich absurd, wenn man sich zu Gemüte führt, dass sie vor zwei Jahren Tyreek Hill, den für uns wahrscheinlich immer noch besten Receiver in der NFL abgegeben haben, seit er zweifach Superbowl-Champion auch sind und diese Defense, die Steve Spaniolo da gebaut hat, die ist schon außerordentlich nur ein einziges Mal in der gesamten Saison 25 oder mehr Punkte gegen einen Gegner zugelassen. Alles andere, auch die explosiven 49ers unter 25 Punkten gehalten und das war natürlich auch einer der Schlüssel zum Superbowl-Sieg. Wir klappen quasi das Buch mit der Superbowl-58-Review zur Saison 2023 ein klein wenig zu und blicken in die Offseason, denn diese Folge markiert auch das Ende von Staffel 1 von Winterday Football O'Clock und deswegen habe ich dir auch gebeten, fällt mir so ein klein wenig den Blick in die Glaskugel zu werfen, was so drei wichtige, dominante Themen in der Offseason werden könnte. Was hast du denn alles mitgebracht? Was ist so Thema Nummer 1, das dich beschäftigen wird, wo du glaubst, dass es auch die Liga und auch die Berichterstattung drumherum beschäftigen wird? Also ich glaube, auf jeden Fall wird es das ganze Quarterback-Karussell und wer geht wohin? Russell Wilson ist ein Name, den jeder kennt. wird aller Voraussicht nach entlassen werden von Denver. Ist wahrscheinlich so, wie er behandelt worden ist. Ja, genau. Das sind normalerweise Sachen, die immer eigentlich wichtig sind in der Offseason, weil natürlich Quarterbacks haben wir sehr oft gesagt oder ich. Cole Cousins ist auch einer. Ja, und das sind einfach sehr, sehr wichtige Spieler und deshalb auch saisonentscheidend und deshalb ist das natürlich ein wichtiges Thema in der Offseason jetzt gleich mal am Anfang. Nicht nur, was die Starter-Aben belangt, sondern man hat sich aber den in den Neapolis Colts gesehen. Ein vernünftiger Backup kann dich dann immer noch in die Nähe auch der Playoffs bringen. Also wenn dieses Karussell beginnt, sich zu drehen, wird das hyperinteressant. Ich habe jetzt leider vergessen, wer das war, aber ein Headcoach hat gesagt, dass er auf jeden Fall den Fehler nicht machen will, keinen guten Backup-Callback zu haben. Ich glaube, er hat Zach Wilson damit gemeint und will Colin Kaepernick jetzt wieder reinbringen. Ich weiß nicht, ob das nur so ein... Könnte tatsächlich wahrscheinlich jeden der 32 Headcoaches in der NFL in den Mund gelegt werden, dieses Zitat. Ich glaube, dass gerade diese Saison, wo wieder über 60 Starter auf der Quarterback-Position eingesetzt worden sind, vielen Teams erst recht wieder eine Lehre ist. Deine zweite Storyline, auf die du blicken wirst in der Off-Season? Du hast den Namen Bill Belichick genannt, warum? Genau, danke für die Hilfe. Ja, Bill Belichick, einfach eine Legende in der NFL, zumindest in meinem Leben. Also eigentlich, seitdem ich denken kann, ist er bei den Patriots und ein richtig guter Headcoach. Aber so wie es sich anhört, wird es jetzt für ihn auch vielleicht einen Umbruch geben und das ist auf jeden Fall sehr interessant, ob der jetzt noch bei den Patriots ist, falls nicht, wie sie anders weitergehen. Du meinst, das sind so eine Advisor-Rolle wie das Pete Carroll bei den Seahawks. Aktuell gibt es ja die Gerüchte, dass er sich entweder dem Fernsehfach widmet und da irgendwie... Das hätte ich echt gerne. Er kann tatsächlich, wenn er will, schon auch nahbar menschlich und gut sein. Also Football-Know-how müssen wir nicht drüber reden. Hat auch einen super Job gemacht bei diesem NFL 100 Special und war da im Studio mega. Kann ich mir genauso gut vorstellen wie vielleicht eine Advisory-Roll, aber wie sehr hat es sich verwundert, dass er weder bei den... Ich meine, ob er den Coordinator machen wollen, würde irgendwo, das sei mal dahingestellt, aber wie sehr hat es sich gewundert, dass er bei den Headcoaches dann leer ausgegangen oder bei den offenen Headcoaching-Posten leer ausgegangen ist? Weiß ich nicht. Ich könnte nur spekulieren und ich könnte mir vorstellen, dass er von sich selber gesagt hat, nein, es reicht vielleicht auch irgendwann. Ich meine, man muss sich überlegen, der Typ ist so ein Workaholic und der hat eigentlich sein ganzes Leben aufgeopfert für seine Karriere. im Football und für seine Legacy quasi und ich könnte mir vorstellen, dass er sich jetzt denkt, okay, es ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen zu spät an Familie und all das zu denken, aber irgendwann ist auch genug und geht mal ein bisschen runter vom Gas, könnte ich mir vorstellen. Kann natürlich auch sein, dass alle Teams gesagt haben, nein, der ist mir ein bisschen zu alt und in letzter Zeit ist es auch gar nicht mehr so gut, aber das glaube ich eher weniger. Es gab dann aber trotzdem auffallend viele Teams, die auch mit jungen und sehr jungen Headcoaches gegangen sind. Vielleicht ist es dann irgendwie der klassische Fall von dem Sean McVay-Blueprint irgendwie auch weiterdenken. Und als wir über diese Themen auch gesprochen haben, die die nächsten Wochen und Monate dominieren werden, hast du gesagt, alles, was im Pre-Draft-Process auch passiert, warum? Ja, das ist einfach, egal ob jetzt ein neuer Headcoach kommt oder ob dieselben Headcoaches sind oder Headcoach ist beim Team, so wie bei uns zum Beispiel im zweiten Jahr, jetzt ist es einfach ein sehr wichtiger und wegweisender Moment für jede Mannschaft, egal ob eben schon wie die Chiefs einfach sehr etabliert oder wie wir quasi im Umbau voll drinnen gerade. Aber ja, es ist einfach wichtig, was für Spieler kommen, werden die richtigen Spieler, werden die Needs gedeckt oder eher nicht, wird es ein Bust oder nicht. Das kann natürlich die Zukunft von Vereinen entscheiden, ob Coaches ihren Job behalten oder nicht, ob GMs gefeuert werden oder nicht, deshalb, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, bei uns speziell jetzt zum Beispiel, wir haben sehr viele Draft-Picks, werden wir... Fünf in den Top 100, zwei First-Round-Picks, zwei Third-Round-Picks, ein Second-Round-Pick, wie richtungsweise ist die Off-Season, ist der Draft für die Cardinals? Ja, ich glaube extrem, weil wir ein sehr, sehr junges Team sind und mit so viel hochwertigen Draft-Picks kann man natürlich das Team sehr schnell aufwerten, weil natürlich vor allem von First-Round-Draft-Picks erwartet wird, dass sie Instant-Starter sind, dass du sie einfach reingeben kannst und die können spielen natürlich mit ein bisschen Roaring-Pants, aber nicht so sehr wie ein Fifth und dann wiederum war Paris Johnson letztes Jahr Fill-In, Right-Tackle, Day-One-Starter, dem du nicht angemerkt hättest oder die meiste Zeit über nicht angemerkt hättest, dass das ein Rookie ist. Teilweise besser ausgeschaut als manche anderen Veterans. Ja, also das ist natürlich ein super Draft-Pick, das ist die, wie sich jeder wünscht, dass es funktioniert, funktioniert immer so, deshalb ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie bei uns das jetzt von Danneläuft. Das ist nämlich auch das Spannende, die Cardinals verfügen über den Fourth-Overall-Draft-Pick und der Volkssport Mock-Draften hat jetzt schon wieder begonnen unter den Experten, vermeintlichen Experten, da werden die Social-Media-Timelines die nächsten Wochen und Monate zugekleistert werden und wenn man dann aber vielleicht auch sehr geöseren Quellen vertraut und es ist eine Quarterback-Liga und jeder wird versuchen sich, wenn er kann, den Quarterback zu holen, es gibt zwei klage Blutschipper, so hofft man, gut, das war sehr kurz und vielleicht auch irgendwann mal, aber es gibt zwei Quarterbacks, die schon lange mit Drake May und Caleb Williams an 1 und 2, in welcher Reihenfolge auch immer gemockt werden, Jaden Daniels und die Patriots werden immer öfter miteinander in Verbindung gebracht und wenn nicht, dann, dass trotzdem Quarterbacks 1, 2 und 3 gehen und das Szenario sieht vor oder viele Szenarien sehen vor, dass die Cardinals den ersten Non-QB-Pick haben werden und das offenbart natürlich eine riesige Bandbreite an Talent, den man sich holen kann. Jetzt gibt es Marvin Harrison Jr., den Blutschipper unter dem Wide Receiver. Jetzt gibt es zwei Franchise-Tackles, Joe Alt wird immer wieder genannt. Wenn du jetzt Monty Austin Ford bist und du weißt, ich kann mir ein Blutschip-Talent holen und ich will dich da jetzt nicht in die Bibliothek bringen, du kannst natürlich auch diplomatisch darauf antworten, Best Player Available und so, aber würdest du lieber Receiver-Hilfe bei den Cardinals sehen, lieber vielleicht den Bookend-Tackle zu Paris Johnson machen, damit man auf die nächsten 10 Jahre dort irgendwie nichts mehr machen muss oder würdest du eine ganz andere Positionen priorisieren? Abgesehen davon, also zwei Antworten, ich persönlich glaube, würde immer den Big Man nehmen früh, weil ich glaube, dass das einfach das Wichtigste im Football ist, also egal ob die D-Liner oder O-Liner, ich würde glaube ich immer den Big Man nehmen, außer ich brauche halt einfach wirklich keinen oder das Talent ist einfach so Reggie Bush oder so, ja dann nehme ich dieses riesige Talent, aber sonst würde ich eben immer Big Man nehmen, glaube ich und auch so wie ich jetzt die letzten Jahre bei den Cardinals miterlebt habe, da haben wir gefühlt immer Skillplayer genommen, die dann aber sich oft schwer zu zu translaten, weil egal wie gut der Receiver ist, du musst ihm trotzdem den Ball geben, du musst ihn vielleicht ein bisschen schemen, deshalb ist es ein bisschen schwerer, den quasi erfolgreich als Spieler dann zu haben, als wie ein Tackle, weil der Tackle, der muss jedes Play blocken und wenn er das gut macht, dann ist er ein guter Tackle ein guter Draftpick, beim D-Liner dasselbe, der kann jedes Play zeigen, dass er einen Sack macht oder einen Tackle vor Loss, du musst ihn einfach nur oft genug aufs Feld stellen, aber beim Receiver, da gehört einfach mehr dazu, dass er dann quasi eine erfolgreiche Saison hat oder gut ins System reinpasst, ist ein bisschen schwerer, denke ich, zu translaten und deshalb glaube ich, würde ich da nicht meine Top, Top, Top Draftpicks dafür verwenden, außer es ist halt wirklich ein so Talent, wo man sagt, okay, da kann ich einfach nicht anders. Wir haben dieses Jahr viel über die Lions gesprochen und ob sie legit sind, der erste Pick, der Ärger Dan Campbell bei den Detroit Lions und diesem Wiederaufbaujob, Paneso, einer der besten Right Tackle der NFL, wenn du so was bekommen kannst und wenn wir auch wieder auf die Chiefs blicken, die mit Marcus, das war der Scantling, Kadaris Toney hat in den Superbowl jetzt nicht gespielt, Nicole Hartmann auf Receiver dann trotzdem das Endspiel gewinnt, dann zeigt er schon, dass es nicht unbedingt auf die Qualität der Receiver ankommt, sondern auf den QB und wie gut er beschützt wird. Aber wenn es jetzt in die Offseason geht oder in die Offseason auch gegangen ist, du hast deinen kurzen Österreich-Urlaub, wie verläuft jetzt der Rest, bis es dann nach dem Draft auch ins erste Minicamp geht für dich? Ja, also hier oder in Amerika habe ich schon angefangen mit dem Team, wieder langsam rein und alles programmiert, dasselbe Programm mache ich jetzt quasi weiter hier in Österreich, aber es ist alles noch recht langsam eigentlich, ich fange jetzt langsam am Feld wieder an zu sprinten und diese ganzen ein bisschen mehr Taxing-Sachen für deinen Körper zu machen, aber ja alles schön langsam, dass man dann gut peaken kann, weil eigentlich will man im Trainingscamp dann peaken, um da eben seine Top-Leistung abzurufen und dann eben das Beste aus der Situation zu machen. Aber ja, ich freue mich auf die OTAs, auf die Neuen, ich freue mich auf die Neuen Spieler, die beim Team sein werden, es wird auf jeden Fall eine super interessante Situation und ich glaube, viele haben high hopes und ja, die JG hat uns mit der Message entlassen, von wegen, dass das die letzte Saison sein wird, wo wir im Dezember keine wichtigen Spiele mehr spielen und Dezember slash Jänner aber ja und ich denke, das ist irgendwie so das Ding im Team und es passt ganz gut, deshalb nicht zu früh, zu eifrig oder nicht zu eifrig, aber zu feurig werden, dass man dann nicht ausbrennt bis dorthin, sondern schön langsam und dann passt das. Und das hört sich an einem perfekten Plan an, das heißt nämlich für uns auch ein klein wenig jetzt die erste Staffel zu konkludieren. Staffel 2 vom We Today Football O'Clock wird es definitiv geben, wir wissen noch nicht genau, ob wir rund um die Free Agency oder vielleicht erst rund um den Draft dann auch wieder einsteigen, es wird auf jeden Fall Dinge von dir auf die Ohren geben für die Hörerinnen und Hörer, großer Dank an all diejenigen, die 2023, 2024 an dieser Stelle mit dabei waren und die vielen, vielen Stunden, die gehört worden sind, hoffe wir durften ein paar Einblicke liefern, wir werden das auch in der zweiten Staffel machen, einstweilen bleibt mir nur übrig Danke zu sagen, dass du dich hierher ins Win Today Studio eingefunden hast, freue mich jetzt schon sehr auf Staffel 2 und wünsche dir am Weg dann hoffentlich auf den Active Roster Arizona Cardinals alles Gute, danke für's hier sein Bernhard. Vielen Dank, super, super Weg die erste Staffel quasi zu beenden hier in Person und auch dir vielen Dank, hat mir super viel Spaß gemacht, war eine neue Sache für mich, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf Season 2 quasi. Wunderbar, bester Weg, um hier das Ganze zu beenden, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.